Kurz was Formelles, wollten wir uns bedanken und zwar als erstes für unser Outfit. Ich denke, man sieht, uns passt eigentlich nichts von der Stange. Wir hatten das versucht, überall im Pikenkloppenbursch, es ist nichts gegangen. Und für die Kostüme, die hat uns die Toni Töpfer genäht und dafür wollen wir uns gerne bedanken.